Oh, hallo und willkommen zurück, ich bin der Subrev und das ist die Siedler 5, sind die Siedler 5, Legende. Ähm, heute ein bisschen mehr Entdecker-Lust, also ich bin hier recht viel am schauen, was wo ist. Das ist noch ein Bar irgendwo, kann nicht nur sein, dass es nur eine ist. Hm, offenbar doch. Nun gut, schauen wir noch ein bisschen in die andere Richtung hin. Sieht durch mein Fernglas. Ah, da haben wir was. Ich zeige euch den Weg. Ist eher kleiner. Sieht her. Sieht her. Das Problem, das ich hier, mit Vergnügen, das ich hier habe momentan, ist das Dorfzentrum. Ich weiss jetzt, hier ist etwas, aber... Es war schon schön, ein zweites Dorfzentrum zu haben. Hier gibt es nirgends etwas, also das ist schon blöde. Hier oben auch nicht, nehme ich an. Muss ich wohl ohne damit auskommen. Ein bisschen hart. Ich zeige euch den Weg. Sieht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Für euch doch immer. Es ist Zeit. Und schade für das zweite Dorfzentrum. Die keins gibt. Sieht durch mein Fernglas. Jetzt komme ich dann bald ins vertründe Gebiet des Feindes. Sieht durch mein Fernglas. Also aufpassen. Genau, die gehen eben da auch drunter. Ich zeige euch den Weg. Sieht durch mein Fernglas. Sieht her. Ah, ich kontrolliere trotzdem noch einmal Spärte. Aber sicher doch. Jetzt gehe ich eigentlich mal zurück. Und macht das. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Oh, das war noch die Billigen. Jawohl. Ich mache es dann mal so. Ich gehe da runter. Dann muss ich sie mal vernichten. Dann gehe ich auf dieses Dorf. Dann vernichte ich das Dorf. Danach gehe ich mal weiter. Hier oben ist zwar dann keine Verteidigung. Das ist schon blöd. Wir sagen, du gehst da rauf. Ist in Ordnung. Es beginnt zu regnen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sofort. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das ist doch irgendwo schweb. Nur Mut. Wir werden siegen. Natürlich. Das war jetzt da die Ressourcen-Map. Die Runde war schwer. Okay. Wenn's denn sein muss. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich tue mein Bestes. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Natürlich. Es ist Zahltag. Ausbau abgeschlossen. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Ich tue mein Bestes. Dieser hier, genau für ihn. Wie ihr wünscht. Aber gern. Mal denken, wie viel brauche ich? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Diese Einheit und Ausbau vollbracht. Diese Einheit, da bräuchte ich auch nicht, aber okay. Acht Hader fällt sowieso, na gut. Würde ich gerne hier noch ausbauen. Ausbau fertig. Die sind auch noch wichtig, für Weicheweite und Schaden. Auch noch. Auf jeden Fall. Hier gehen wir mal da runter. Ihr habt nicht genug Thaler. Das hat ihr eigentlich immer noch so. Das ist schon schade. Zahltag. Wie ihr befehlt. Jawohl. Nein, nein, hab ich. Ach, hier ist noch eine. Gut. Gern. Ich zeige euch den Weg. Sieht her. Und? Gerne. Eine neue Technologie ist erforscht. Und sie, die denn sich verkrochen? Ich zeige euch den Weg. Dafür sind wir genau die Richtigen. Seht mir zu und macht es genauso. Wie ihr wünscht. Auch noch hier ein Fußvolk. Ja! Seid unbesorgt. Ausbau fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie ihr befehlt. So, mal schauen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Macht sie nieder. Ihr werdet nicht mal ahnen, woher die Kugel kommt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Auf in den Kampf! Yuki sank regungslos zu Boden. Neuer Yuki war ein bisschen getroffen hier, aber dann haben wir es so. Wow, die macht schon eine fertig. Irgendwann gehen wir hier. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Nein, weiß nicht wieso. Dafür sind wir genau die richtigen. Gut. In Ordnung. Ja! Ja. Dafür sind wir genau die richtigen. Wir erledigen das. Ja! Ja! Das ist ausbilden. Leute werden kommen. Alle. Ah, schon ein bisschen teuer. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ausbau fertig. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Heureka! Keine Siedler. Können wir eigentlich ein paar Häuschen bauen. Damit das alles ein bisschen effizienter von sich geht. Kein Problem! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Ah, 125. Eine, drei, drei. In Ordnung. In Ordnung. Sieht durch mein Fernglas. Jawohl. Für euch doch immer. So soll es sein. Und auch Kanonen bauen, aber... glaube ich, hier nicht nötig. Aber sicher doch. Ja. Schwefel? Sieht durch mein Fernglas. Schaut in die Ferne. Sieht durch mein Fernglas. Sieht durch mein Fernglas. Es ist Zahltag. Ich zeige euch den Weg. Forschung abgeschlossen. Sieht durch mein Fernglas. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Jawohl. Wir kümmern uns darum. Angriff! Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Seht mir zu und macht es genauso. Scht! Spürt meinen Zorn. Bis in den Tod. Ergreift sie. Arme Yuki. Mal tot. Für Ruhm und Ehre. Euer Wunsch ist mir Befehl. Sofort. Ja. Nicht angreifen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ah, da war doch doch ein Erlaub weg. Wie ihr befehlt. Für Ruhm und Ehre. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich zeige euch den Weg. So, jetzt wird es interessant, wo ich angegriffen werde. Ich zeige euch den Weg. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Aber gern. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Auf jeden Fall. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Natürlich. Aber die Frage ist, was heisst genau Warnsignal? Soll ich mich jetzt zurückziehen und schauen, bis ich angegriffen werde oder nicht? Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Sieht durch mein Fernglas. Sieht durch mein Fernglas. Aha, ein Konzschabler. Ich zeige euch den Weg. Jawohl. Natürlich. Yuki. Und schnell hier rauf. Sicher. Ich zeige euch den Weg. Es ist Zahltag. Ich zeige euch den Weg. Eine Wache. Hm. Natürlich. Ich zeige euch die Sauerei an. Der Deich ist erst, bis erst, als sie fertiggestellt wurden und die Barbarer haben nichts besser zu tun, als sie zu zerstören. Ich habe ihr Besatzlager auf der anderen Seite des Deichbaubrucks angesperrt. Sie haben nur ein Leuchtturm besetzt, von dem aus sie ihre Angriffe in diese Region kontrollieren. Sie stören ein Leuchtturm um der Barbarerei hier ein Ende. Betreten. Vorbereiten. Ach, und bevor ich es vergesse, drüben habe ich seit einiger Zeit so ein komischer Vogel und stand ins Feuer. Der sieht zwar aus wie ein Barbarer, verhält sich aber nicht so seltsam. Und das dann die Wache. Und jetzt eben dort hinten. Gerne. Sicher. Jawohl. Lass mich mal schauen, was es hier zu tun gibt. Für euch doch immer. Dann erzählen wir dort durch oder hinten durch, ich will. Wir erledigen das. Sieht durch mein Fernglas. Für euch doch immer. Gut, weiter geht's. Es ist Zahltag. Aber sicher. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Sieht durch mein Fernglas. Sieht durch mein Fernglas. Für euch doch immer. Huch. Natürlich. Wie ihr befehlt. Seht mir zu und macht es genauso. Natürlich. Angriff! Mit Vergnügen. Ich zeige euch den Weg. Ja, mein Herr. Jepp. Ja, wie ihr befehlt. Mit dem größten Vergnügen. Denkt nur an den Sieg. Das wird euch gar nicht schmecken. Ein Held ist in großer Gefahr. Na ja. Oh? Wir gehen ein bisschen weiter. Aber sicher doch. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Oh nein, es regnet. Es regnet. Ah, hier rum geht es wohl noch weiter. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne an. Ah, das war einfach das neisere Bahnlage, würde ich sagen. Sieht her. Ein Steinbruch. Schaut in die Ferne. Sieht her. Was ich mich frage ist, vielleicht hat es hier oben noch ein Dorf zu Null gegeben. Sehr wahrscheinlich. Euer Wunsch ist mir befehlt. Wie ihr wünscht. Sehr wahrscheinlich. Aber gut. Wir werden derzeit ein bisschen Auskunftschaften gehen da oben. Mal schauen, was es da oben ist. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Aha. Eine Wache. Schaut in die Ferne. Wieder einmal ist der Ton. Ich zeige euch den Weg. Gerne mal so hier. Gerne. Weg von der Wache. Natürlich. Ich zeige euch den Weg. Es ist Zahltag. Sieht durch mein Fernglas. Aha. Wusste ich's doch. War ja noch ein Zielungsplatz offen gewesen. Natürlich. Aber sicher doch. Ja. Aus Insider. Immer in der Ruhe. Ich bin ganz fällig. Deswegen sitze ich auch hier draußen. Ich soll Kontakt mit den Geisten und unseren Vorfahren aufnehmen, um zur alte Stärke im Kampffluss zurückzufinden. Meine Brüderinnen sind wie berauscht vom Kampf. Aber diesmal gehören nicht uns. Wir gehören nicht hierher. Ich bin der Gewalt überdrüssig. Gestern Abend wir in Dorf hintergebrannt und selbst Frauenkinder nicht verschworen. Nach diesem Wahnsinn am Ende. Ich alleine kann es nicht. Aber ich kann euch helfen. Zerstört die Leuchttung vom Basislager von dort aus. Werden alle Aktivitäten in dieser Regierung kontrolliert. Gebt das Signal zur Entwarnung. Um die Angriffe zu stoppen, haltet euch aber in Zukunft von den Wochen fern. Mit den Verteidigern des Leuchttungs solltet ihr dann leichtes Spiel haben. Sofort. Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Was für Angriffe überhaupt? Naja. Ja, mein Herr. Ja! Ihr seid auf Feinde gestossen. Sie greifen an. Sofort. Sofort. Ja, Herr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Seid unbesorgt. Ihr werdet sicher treffen. Feinde greifen euch an. Juki. Gleich wird es richtig laut. Glaubt nicht, ihr könnt mir entkommen. Juki sank regungslos zu Boden. Oh. Ich deite Unterstützung. Auf in den Kampf. Nur Mut. Wir werden siegen. Angriff. Drake liegt regungslos auf dem Schlachtfeld. Seid unterstützend. Ihr werdet angegriffen. Das ist ja mal fies. Hat mir fast alles gekostet da. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Feinde. Das ist regend. Wow, wow, wow. Ich brauche für ihn eine Frechheit. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Leert sie das Fürchten. Jawohl. Wir kümmern uns darum. Ein Held ist in großer Gefahr. Jeb. Seid nur. Es klart auf und wird wieder warm. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wow, wow, wow. Ich darf noch Unterstützung da oben vielleicht. Für Ruhm und Ehre. Gerne. Macht sie nieder. Jeb, bin schon dabei. Mit dem größten Vergnügen. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Verteidigt euch. Verteidigt euch. Verteidigt euch. So, mal schauen. Das kam die Verstärkung von rechts. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Ja, mein Herr. Gerne. So, dann soll es funktionieren. Ja. Juki und Rake schauten auf die versprengten Reste der Barbarenarme herab und begannen zu verstehen, dass dies erst der Anfang sein konnte. Dass wir den Barbaren Einhalt gebieten. Das bezweifle ich. Man. Okay, so, das war's gewesen mit dieser Karte. Also, kann ich zurück zum Spiel gehen? Also, schon nicht mehr schade. Dann kann ich da nicht weiter. All eure Wohnhäuser sind gelegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ah ja. Also, haltet ihr eine kleine Reservearmee in der Felsung bereit, um Angriffe auf eurer Basis abzuwehren? Hatte ich jetzt nicht. Hätte schief laufen können. Ihr könnt auf verschiedenen Wegen der Leuchtung durchdringen. Der Kürzeste muss nicht der Beste sein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr nutzt Drex Distanzschutz, um feindliche Wachen anzuschauen, bevor sie Alarm schreien können. Feinde greifen euch an. Also, ich würde sagen, der beste Weg ist eigentlich hier durch. Dann hier. Und darauf. Das ist das Beste eigentlich daran. Sie waren jetzt sowieso hier. Also, es ist gerade gut. Und ja. Dann würde ich mal sagen, das war's gewesen. Mit dieser Episode. Wir sehen uns in der nächsten auf einem neuen Map. Wir verlassen. Ah ja, noch schnell. 172 erledigte Feinde. Nicht so viel. 31 verloren. Ja, manchmal kam es unglücklich heran. Hm. Ja, Soldaten. Ich habe eigene Arbeiter. Gut. Also, dann sieht es euch mal den nächsten Mal. Das war der Super F. In... Bis wieder. Legenden. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020